Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Ralf Keil. Ich bin der Betreiber von Gentipps.de. Heute möchte ich dir erklären, was ein Fächerstammbaum ist und wie du in FamilySearch darin navigieren kannst. Ein Fächerstammbaum. Was soll das denn sein? Damit langjährige Genealogen nun keinen Schreck bekommen, muss ich zunächst einmal zwei Begriffe klären, die oft falsch benutzt werden. Ein Stammbaum ist keine Ahnentafel. Ein Stammbaum fängt zu wachsen an und bildet Äste und Zweige. Ganz unten befindet sich der Erste, der Älteste, Vitus, der am weitesten in der Vergangenheit gelebt hat. Dann kommen seine Kinder, in diesem Fall sein Sohn Johannes. Johannes hatte drei Kinder. Wir gehen die Linie weiter zu Christoph. Auch er hatte drei Söhne und wahrscheinlich einige Töchter. Wir gehen weiter zu Johann Ambrosius. Und der hatte einen Sohn namens Johann Sebastian. Das war der berühmteste der Bach-Familie. Das also ist ein Stammbaum. Der Älteste steht ganz unten und daraus entwickeln sich Äste und Zweige. Sehen wir uns im Gegensatz dazu eine Ahnentafel an. Ganz unten steht Donald mit seinen Geschwistern. Über ihm seine Eltern. Sein Vater hieß Fred. Und noch eine Ebene darüber seine Großeltern mit seinem Großvater Frederik. Der wurde in Deutschland geboren und wanderte 1885 nach Amerika aus. Das ist eine Ahnentafel. Der Jüngste steht unten, darüber seine Eltern, Großeltern und so weiter. Derartige Ahnentafeln gibt es auch in Baumform und deshalb werden sie wahrscheinlich mit Stammbäumen verwechselt. Bei einer Ahnentafel in Baumform steht aber nicht der Älteste ganz unten am Stamm, sondern der Jüngste. In den meisten Fällen man selbst. Darüber folgen nun die Eltern. Zwei Stück an der Zahl. Großeltern gibt es schon vier. Und so verdoppelt sich die Anzahl bei einer Ahnentafel in jeder Generation. 16 Ururgroßeltern und 32 Ururgroßeltern. In einem anderen Video werde ich erklären, wie man diese Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Ahnen auch nennen kann. Solche Ahnentafeln können richtige Kunstwerke sein. Man kann sie Hand zeichnen lassen, mit Familienwappen darauf. Sieht richtig edel aus. Man kann sie auch recht statisch gestalten. Sieht trotzdem sehr schön aus. Oben allerdings, wo sich die Anzahl der Personen immer verdoppelt, wird es oft schnell eng. Deshalb hat man begonnen, Ahnentafeln in Kreisform bzw. Fächerform zu erstellen. Da ist oben viel mehr Platz. Unten ist man selbst. Danach beide Eltern. 4 Großeltern, 8 Urgroßeltern, 16 Ururgroßeltern, 32 Ur-Ur-Ur-Großeltern, 64 Vierfach-Ur-Großeltern und 128 Fünffach-Ur-Ur-Großeltern. Auf so einer Ahnentafel in Fächerform ist wirklich viel mehr Platz vorhanden. In FamilySearch heißt die Darstellung der Ahnentafel Familienstammbaum. Tatsächlich aber ist es eine Ahnentafel. Denn bei einem Stammbaum werden die Menschen nach oben hin immer jünger. Eben wie bei einem Baum. Bei einer Ahnentafel stehen die Älteren immer oben. Wenn du in FamilySearch im Familienstammbaum, also eigentlich in der Ahnentafel, die Ansicht Hochformat auswählst, erscheint eine Ahnentafel, die ähnlich aussieht wie die, die wir kennen. Unten bin ich. Darüber meine beiden Eltern, dann die vier Großeltern und so weiter. Du kannst die Ahnentafel auch im Querformat darstellen. Ganz links bin ich. Dann meine beiden Eltern, die vier Großeltern und so weiter. Beide Darstellungen haben ihre Vor- und Nachteile. Im Querformat könntest du auch die Kinder einblenden lassen. Und schließlich kommen wir nun zum Schwerpunkt dieses Trainings. Der Ahnentafel im Fächerformat. Diese Ansicht hat einige Vorteile, über die du nun etwas erfahren wirst. Zunächst einmal möchte ich erklären, wie man zur Ahnentafel im Fächerformat gelangt. Ab sofort nenne ich diese Ansicht auch Fächerstammbaum, obwohl es sich nicht um einen Stammbaum handelt. Du kannst von der Startseite dorthin gelangen. Auf der Startseite von FamilySearch befindet sich oben am Rand die Menüleiste. Dort gibt es den Eintrag Familienstammbaum. Eigentlich müsste dort Ahnentafel stehen, das erwähne ich aber nun zum letzten Mal. Du zeigst mit der Maus darauf und klickst mit links. Im erscheinenden Menü klickst du auf Stammbaum und der Fächerstammbaum erscheint. Du kannst auch direkt von der Personenseite auf die Stammbaumansicht gelangen. Dies ist meine Personenseite. Hier gibt es den Befehl Stammbaum ansehen. Durch klicken gelangst du direkt zum Stammbaum der aktiven Person. Ja, da in der Mitte bin ich. Eine weitere Möglichkeit zum Stammbaum einer Person zu gelangen befindet sich bei den zuletzt angesehenen Personen. Der Befehl ist immer in der Menüleiste des Stammbaums zu finden, zwischen Person und Suchen. Nach klicken erscheint ein Auswahlfenster. Hier sehe ich immer mich selbst und außerdem alle Personen, die ich kürzlich angesehen habe. Hinter den Namen befinden sich kleine Stammbaum Symbole. Hier möchtest du zum eigenen Stammbaum. Also klickst du auf das kleine Symbol und du landest genau dort. Ziel erreicht. Der Fächerstammbaum wird angezeigt. In der Mitte die Stammperson. Zu guter Letzt kannst du von jeder Personen Infobox auf den Stammbaum der jeweiligen Person gelangen. Immer wenn du Personen in einer Liste oder einer Übersicht siehst, kannst du auf den Namen klicken. Dadurch erscheint eine Informationsbox. Klicke hier mal auf Friedrich Keil, meinen Großvater. Es erscheint die Informationsbox von Friedrich Keil. Darin bekommst du weitere Informationen, die du so zwischendurch immer mal wieder einsehen kannst. Du hast die Möglichkeit in dieser Box auf verschiedene Einträge zu klicken. Dann kommst du direkt dorthin. Du willst aber zum Stammbaum von Friedrich Keil. Deshalb klickst du auf Stammbaum und landest wie gewünscht auf seinem Stammbaum. Er befindet sich in der Mitte. Machen wir das ganze mal für meinen Urgroßvater Ludwig. Klicke auf den Namen. Das Infofenster für Ludwig erscheint. Mit den grundlegenden Informationen über Geburt, Tod, Anzahl der Quellen, Menge der Erinnerungen und so weiter. In diesem Fenster könntest du auf jede Information klicken und würdest dann dorthin gelangen. Du willst zu seinem Stammbaum. Also klicke auf Stammbaum und du landest in der Stammbaumansicht mit meinem Urgroßvater Ludwig in der Mitte. Ein letztes Beispiel. Diesmal möchtest du zum Stammbaum von Fritz Pausewein. Also auf seinen Namen klicken. Seine Infobox erscheint. Die restliche Prozedur ist bekannt. Du willst zum Stammbaum. Also klicke darauf. Japp. Fritz Pausewein in der Mitte. Die Personen Infobox erscheint auch innerhalb des Fächerstammbaumes. Dazu musst du auf den Namen einer Person klicken. Hier auf meine Urgroßmutter Marianne. Es öffnet sich auch hier die Infobox von Marianne. Hier kannst du durch Klicken direkt auf verschiedene Bereiche kommen. Zum Beispiel auf die Personenseite von Großoma Marianne. Du siehst Infos über Geburt und Tod. Du kommst direkt auf die Quellen, Erinnerungen und die Zusammenarbeit mit anderen. Vor allem aber kannst du ihren Stammbaum anzeigen lassen. Dadurch rutscht sie in die Mitte des Fächers. Nun ist Marianne die zentrale Person des Fächers. Du kannst zu jeder anderen Person des Fächers springen, indem du auf eine Person klickst, worauf sich die Infobox öffnet und dort auf Stammbaum klicken kannst. Nun steht Michael Schweizer in der Mitte. Das Navigieren klappt aber nicht nur zu den Eltern, Großeltern, Urgroßeltern und so weiter, sondern auch in die andere Richtung. Der Ehepartner der zentralen Person steht immer direkt darunter. Hier also Philippina Göttel. Selbes Prinzip. Auf den Namen klicken und Infobox öffnen. Dann auf Stammbaum. Philippina Göttel steht in der Mitte. Sieht noch ein bisschen komisch aus, denn ich kenne die Vorfahren von ihr noch nicht, deshalb ist oberhalb alles leer. Ich mache erst mal ein bisschen größer. Direkt unter ihr ist ihr Ehemann Michael Schweizer zu sehen und in dem Kreissegment darunter das Kind, Barbara Schweizer. Und nun zeige ich dir eine super Abkürzung, um eine Person in die Mitte des Kreises zu bringen. Du öffnest diesmal nicht die Infobox, sondern zeigst einfach auf Barbara Schweizer. Nur zeigen, nicht klicken. In diesem Moment wird das Feld leicht grau und es erscheint ein kleines Fächersymbol. Nun bewegst du deine Maus auf dieses Fächersymbol. Das Symbol wird dunkelgrau hinterlegt. Wenn du nun darauf klickst, rutscht Barbara Schweizer in die Mitte des Stammbaums. Da ist Barbara in der Mitte. Nun soll ihr Mann Georg in die Mitte. Mit der Maus auf ihn zeigen. Ein kleiner Fächer erscheint. Auf diesen Fächer zeigen. Er wird dunkelgrau hinterlegt. Und jetzt klicken. Automatisch rutscht Georg Hamann in die Mitte. Und zum dritten Mal. Sebastian Hamann, der erste der beiden Söhne soll in die Mitte. Auf Sebastian zeigen. In den kleinen grauen Fächer bewegen. Und dann auf den Fächer klicken. Sebastian ist in der Mitte. Ziel erreicht. Volltreffer. Dieser Gentipp war ja mal wieder einfach. Und jetzt darfst du dich am besten in FamilySearch einloggen und selbst versuchen, im Fächer Stammbaum zu navigieren. Denn nun weißt du eine Menge über den Fächer Stammbaum in FamilySearch und kannst zügig von einer zu anderen Person navigieren. Im zweiten Teil dieses Trainings wirst du erfahren, welche weiteren Möglichkeiten es im Fächer Stammbaum gibt. Danke fürs Zusehen. Wenn du meine Newsletter erhalten möchtest, kannst du unten in der Beschreibung auf den Link zu Gentipps.de klicken. Außerdem kannst du auch gerne meinen YouTube-Kanal abonnieren. Und denke daran, immer wenn du eine Ahnentafel brauchst, benutze den Fächer Stammbaum von FamilySearch. Das ist nämlich eine Ahnentafel. Tschüss und viele Grüße aus Coburg. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020